Guten Tag und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze Nachdem in letzter Zeit wieder einiges passiert ist und ich keine Zeit hatte bla 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 aufzunehmen Mal keine Lust, mal keine Zeit und hast du nicht gesehen Bin umgezogen, oh da ist das erste Puzzleteil Bin umgezogen, musste Arbeit suchen und so ne Denker werden die meisten wissen wer es ist Aber mit Details will ich euch verschonen Deswegen zocken wir hier einfach nur ein gemütliches Ründchen Und dann wird das schon Und ich hoffe dann kehrt hier wieder Beziehungsweise was heißt wieder Und kehrt hier mal Regelmäßigkeit ein So wie ganz am Anfang als ich mit YouTube angefangen habe Was alles noch schön regelmäßig war Wo ich meine Projekte verfolgt habe Wo ich mir einen Plan gemacht habe Ja das nehm ich dann auf Ich nehm die Sachen auf Auf die ich Bock hab Nehm erstmal Naja nehmen halt erstmal die Warte Ist irgendwas komisch Was ist hier los Ja gut dann scheint nix Nehm erstmal Ja Flash Games Als Übergang auf Und Kaufe dann ne Capture Card Und Da hab ich das dann ja auch Alles noch Richtig aktiv gemacht Aktiv gespielt Aktiv hochgeladen Und so weiter Und da wär's halt schön Wenn da wieder Genauso wie damals Regelmäßigkeit rein kommt Hört sich vielleicht auch ein bisschen dumm an Aber Ja gut was ist dumm Ich wär ja nicht der Erste Der es geschafft hat Ähm Aber ich Überlege halt auch Es wär echt cool So YouTube zu seinem Beruf zu machen Ich mein Ja sehr originell die Idee Ich weiß Aber Ich zocke gerne Ich bin gerne zu Hause Ich schlafe gerne Wenn ich will Ähm Wer tut das nicht Ist klar Aber Ich Editiere auch gern Videos Und so weiter Und Boah Das wär Das wär eigentlich echt ein Traum Nur Bis dahin Muss halt einiges passieren Man muss Äh Ja man muss erstmal Aufmerksamkeit Auf sich ziehen Halt Ähm Zuschauer generieren Und Dann muss man Natürlich Sich auch dahinter klemmen Und sagen Ja ich Äh Mach das jetzt vernünftig Ich zieh das jetzt durch Ne Da ist nix ne Alter Palme Ich hab jetzt überlegt Ob da vielleicht was ist Ähm Aber ich Geh mal davon aus Dass da nix war Ich mein Hätte man Ich mein Wär man nicht zurückgekommen Das wär quasi ein Blind Jump gewesen Äh In der Hoffnung Dass da Ein Fass Oder Keine Ahnung Irgendwas ist Ja doch Hätte schon ein Fass sein müssen Damit man da wegkommt Ähm Weil wie gesagt Man wär nicht zurück zur Plattform gekommen Aber ja Wie gesagt Youtube machen Ähm Sorry Youtube Ähm Machen Hier Videos hochladen Let's Plays Aufnehmen Und so weiter Das wär echt cool Das wär echt vom Feinsten Wofür ist das Grüne Ach damit kommt man höher Ah Okay Okay Man schafft's tatsächlich nicht mit Dixie Ach du Scheiße Da wird auch Ach komm schon Ich dachte es wird nicht aktiviert Weil's höher ist Naja Was auch immer Was hier war's Null Nein Komm Gib mir die Banane Jawoll Wunderbar Ich dachte schon ich hätte's verkackt Als da nix erschienen ist Nachdem ich da Das eingesammelt hab Alles Aber nö Alles gut So Hier halten wir uns schon fest Und da ist das G Das seh ich ganz genau Boah das war ja Das war gerade komisch Das sah irgendwie weird aus Gerade Wie sich der Hintergrund bewegt hat Ach Dachte gerade ich hätte drüber geworfen Aber nö So Sammeln wir hier alles ein Kann ja immer wieder sein Was da Ein Puzzleteil ist Hau ab Ähm Achso hier einfach Ah ja Okay hier einfach stampfen Alles klar So Hier am besten Ganz schnell Weg Nachdem man da hochgesprungen ist Hier genau das gleiche Alles klar Hm Okay Ja Das war ja einfach Kann es sein Dass wir ein Puzzleteil nicht haben Ja Kann sein Und Natürlich Ist natürlich mal wieder typisch Naja Was soll's Holen wir uns wenigstens das K.O.N.G. ab Äh Das Decay ab Meine ich natürlich Jawohl Das tun wir K.O.N.G. haben wir aber Also alles gut Muss ich einfach nur nochmal Offcam Das Puzzleteil suchen Damit ich am Ende Die Galerie zeigen kann Jo Damit haben wir Für heute das erste Level Geschafft Und Ach ja Stimmt Das öffnet sich ja nur Wenn man Überall Das K.O.N.G. einsammelt Ihr wisst es ja Und ich weiß auch Noch nicht so ganz Wie ich das Äh Aufteilen soll Die Die Einzelnen Level Kann man das irgendwie Aufschmelzen Kann das sein Vielleicht mal schauen Ähm Ja ich weiß nicht Aber Moment Ja okay Ist anscheinend nichts Ich weiß nur nicht Äh Genau Wie ich das Aufteilen soll Die Level Ob ich dann Gleich Ähm Noch das Boss Level mache Oder ob ich es Bei den beiden Leveln belasse Ich meine Die beiden Level Wären ein bisschen Dann wäre der Part Ein bisschen kurz Aber ich würde halt auch ungern Über 20 Minuten pro Part Kommen Einfach nur Damit ich das Vernünftig Äh Hochladen kann Alles Wie gesagt Regelmäßigkeit und so Ähm Wäre echt schön Und Wenn ich die Parts Dann so lang Mache Alles klar Wenn ich die Parts Dann so lang Mache Ich weiß nicht Ob ich dann Ähm Irgendwann Probleme Damit kriege Die Dinger Hochzuladen Wisst ihr Achso Okay Ja So ein Shit Äh Muss tatsächlich Auch noch einmal Drauf Äh Einmal drauf Schlagen Das ist gut Hier gibt 4 Ah man Ich kann heute Nicht reden Ich Ich weiß nicht Warum ich heute Äh Nicht reden kann Vielleicht liegt es Daran Dass ich schon So lange Nicht mehr Aufgenommen habe Vielleicht liegt es Auch daran Dass ich gerade Äh Keine Ahnung Bisschen müde bin Tatsächlich Ähm Oder vielleicht Liegt es auch Einfach nur Daran Dass Äh Ne Ich Bisschen blöd Im kopf bin Nein Spaß Ich denke Ich Hab Nix Gesagt Kann Vielleicht Daran Liegen Dass ich Ein bisschen Blöd Im kopf Bin Naja Also Heute Ist Irgendwie So ein Bisschen Mein Vom Gameplay Her Ist Echt gut Will ich Mich Nicht Beschweren Ähm Aber So vom Kommentieren Ist das Halt Echt Schwach So Na Nein Ja komm Jetzt Gib mir Kein Puzzleteil Ja Ja Meinte ich Auch Kein Puzzleteil Hallo Ja Ich wusste Jetzt Nicht Ob man Da Auf Das Eis Schon Drauf Springen Kann Sorry Fehler Dürfen Auch Mal Passieren Ja Gut Aber Vielleicht Nicht Unbedingt An Dieser Stelle Hier Ah Ist War Das Ist Da Auch Ein Bisschen Schwer Abzuschätzen Mit dem Puzzleteil So Ich Muss Mal Ein Bisschen Timen So Wunderbar Hier War Es Natürlich Auch Kacke Dass Ich Ich Hab Warum Versuche Ich Überhaupt Die Dinger Einzusammeln Ich Meine Es Gibt Doch Sowieso Da Nix Für Nur Ein Leben Also Warum Mach Ich Das Fellow Triggert An Dieser Stelle Oh 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 Das War Achso Ja Ich Glaube Das Ist Mir Schon Mal Passiert Auf Auf der Wii U Aber Zum Glück Ist hier Ein Checkpoint Ich Dachte Halt Man Wird Da Einfach Nur Weiter Geschleudert Beziehungsweise Davon Einen Dingen Abgeleitet Von Puzzleteil Dass man Da Durchgerutscht Wird Und Man Kann Hinter Nicht Mal zurück So Mir Egal Ich Brauche Den Man Noch Nicht So Und Hier Stoppen Am Besten Oh 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 Boah Das War Gerade Knapp Ach Was Mach Ich Denn Ja Jetzt Fängt Es An Jetzt Fängt Es An Das Rum Gefäle Man Könnte Meinen Ich Hätte Ein Level Vorher Gespielt Den Einen Also Den Ersten Den Wir Gespielt Haben Und Wird Jetzt Hier Rum Noben Weil Ich Den Level Nicht Kenne Junge Ich Hab Mich Geduckt Verdammte Scheiße Das 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 Nicht sein Boah Hol Mich Aus Den Eis Level Raus Ich Hasse Diese Scheiße Was Was Ist Das Denn Für Eine Kacke So Stopp Hier Stehen Bleiben Oh Zack Hier Durchbiegen Wunderbar So Und hier nochmal Genau Moment Mal Oh Mein Gott Alles Hau Ab Ja Okay Wahrscheinlich Fehlt uns Hinterher Wieder Ein Puzzleteil Und Das Dann Genau Das Und Dann Ja Wenigstens Sos Eigentlich Dachte Ich Die Bauen Jetzt Noch Eine Falle Ein Das Es So Ein Bisschen Versetzt Ist Immer Wie Die Eishöfe Runterfallen Aber Musste Da Echt Einfach Nur Geduldig Sein An Der Stelle What Äh Ja Das War's Auch Schon Für Heute Schade Dass Wir Jetzt Nur Ein Level Geschafft Haben Ähm Nee Über den Level Reden War Einfach Gar Nicht Über 5 6 Das War Voll Katastrophe Ne Das Hat Mir Für Heute Ehrlich Gesagt Gereicht Bis Dann Und Ciao Tim 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 Adam Tim Tim Tim